Wolfgang Oechsler ist gelernter Erzieher, Theologe und Benediktinerabt im oberbayerischen Sankt Utilien. Ein Kirchturm, der sich unauffällig zwischen grünen Wiesen und Bäumen erhebt, bunte Lichtreflexe auf einem Marmorboden, ein hölzernes Wagenrad oder eine Brücke, die sich im Wasser spiegelt, kunst- und stimmungsvoll fotografiert. Diese Haltestellen für Auge und Seele bestimmen dieses Buch genauso wie die darauf abgestimmten Texte. Beide hemmen den überdrehten Alltagsbetrieb, die Hast- und die Reizüberflutung durch Videos, Parolen und Klänge, die so vielen Menschen heute zusetzen. Unter Überschriften wie Sehnsucht und Aufbruch, Annehmen und Verwandeln oder Gehimmelt und Geerdet bieten sie eine Kultur der Ruhe, der Achtsamkeit an. Die Gedichte, Gedanken und Geschichten in diesem Buch sind kurz und haben oft Witz. Meine Lieblingsanekdote ist die vom Astronauten, der einem Chirurgen erzählt, dass er nicht an Gott glauben kann, denn seit Jahren fliegt er durchs All und hat Gott nirgendwo entdeckt. Der Chirurg antwortet darauf, ich operiere seit Jahren Gehirne, habe dort aber noch nie einen einzigen Gedanken gefunden. Ein Buch, das immer wieder neu zum Innehalten einlädt und regelmäßig für einige Tage auf dem Couchtisch liegen sollte. Oder noch besser auf dem Bürotisch, um eine Haltestelle für die Seele zu haben, wenn wieder einmal alles rund geht. Das ist ein Buch, 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 das ist ein Buch. Untertitelung des ZDF, 2020